Hallo, unsere Leute zu... Ich möchte nicht F drücken. Ich drücke Epsilon! Haha! Na, kurz die Tastatureinstellung, weil ich Aufnahme gestartet habe. Und... ja. L, B und L. Äh, 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 B. Okay, so hupfall ich. Und hupfall. Ich hab gehupfaut! Oh! Ach so, ich muss noch zur Seite hupfallen. Sag mir das doch. Seite. Hupfall. 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 Nein, ich wollte nach links drücken. Oh mein Gott, das wird schon komplizierter mit den Transportschienen. Ich merke schon. So. Sliden wir hier lang. Jumpen wir drüber. Jumpen wir drüber. Jumpen wir drüber. Jumpen wir noch mal drüber. Und sobald die Schiene kommt, jumpen wir drüber. Jumpen wir drüber. Jumpen wir noch mal drüber. Und drüber nicht. Egal, da ist ein Pinsel. Oh mein Gott. Rüber nach rechts. Rüber nach rechts. Oh. Meine Fresse. Nein, nach rechts. Boah. Hauptsache alle schilder mit. Aber ich lebe noch. I will survive. Yeah, yeah. Da, 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 da. Jawohl. Und ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Betretten. Green Enchant. Auch hier vorne war ich da schon mal. Und ich bin da voll geladen. Das ist... Überraschend. Hallo. Hurra! Jemand hat sich als System repariert. Ja, bitteschön. Seid ihr mal jetzt alle so ein bisschen freund. Ich hab' gesiebt. Äh, juhu. Doc Brand hat unsere Sicherheit. Oh, die Schilder Quader. Slipper! Jetzt könnt ihr unsere Häuser... Können wir unsere Häuser mitbringen. Das ist sehr schön. Das freut mich sehr für euch. Ich weiß trotzdem immer noch nicht. Oh. Oh 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 oh. Das wollte ich nicht. Okay. Gehen wir zum Tempel. Legend of Zelda Style. Aaaaah, wir sind Spräng im Schneider. Oh mein Gott. Ho, he, ho, ha! Hier! Fühlt man sich gleich wie Link? So. Off, laden! Ich finde die Musik so genial! Hier ist Bleche! Oh nein! Und das ist der grüne Geist! Wer seid ihr? Wie in der Welt seid ihr? Hier hereingekommen! Bruder! Wir wollten... Wir wollten ab meinem Bruder hinführt! Hilfe! Geist! Nebber! Schwacko! Hamachig россий Extend! Geist! Waddubня Waddubня Taatsung Geist Ele die 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 Oh nein! Was ist das? Kisten! 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 Und natürlich nicht der Gegner! Wer versteht sich im Busch? Ich habe den Busch umgehauen? Aufzeichnen! Ha! Ich glaube ich habe die richtige Taktik mittlerweile entdeckt. Nein! Jetzt noch ein paar Hiebe! Ausweichen! Hiebe! Gut! Hiebe für die Diebe! Ha! Gut! Dafür war die Busch umgeschlafen! Eeeh! Die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die! Die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die Hier kommt ihr nicht rein und ihr könnt Wir Nicht suchen Bruder Sie haben mich nicht entführt Wir brauchen deine Hilfe Ja klar, sie haben dich dazu gezwungen Das zu sagen Wir müssen ihn dort rausbekommen Sprengen Sprengen dürfte nicht so schwer sein Nur den Fix suchen und den Pinsel mitnehmen So So Nein, schlag Verdammt, verdammt, wollte ich nicht so Ausweichen Da kann ich Könnte nichts machen Was habe ich da? Achso, Kristalle Und Warum springst du da hoch? Das war mal dumm Bis dann Machen wir kaputt Und wenn er einmal drin ist Au Sprengen den Panikraum Habe ich jetzt gelesen Dass du auch Panikraum hast So Wie mache ich das ohne Wix? Ohne Wix wird das lieb Aber die Kanzlei zerstört noch auf jeden Fall Damit kann ich meine erste Fähigkeit auch kriegen Diese Seile Ich würde gerne ab Diese Seile springen Okay Und dann Ich würde gerne ab Ich würde gerne ab Ich würde gerne ab Na, kommst du? Hilfe! Hilfe! Ich werde gegeistnappt! Ihr will, lasst mich los und ich... Was ist das? Schon wieder dieser billige Trick. Du bist echt... W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Alter. Jaaaaa! Genau! Ernsthaft? Ahaaa! Wenn ich jetzt nicht Chili bei den Geistern machen könnte... Hau ich raus! Hau ich raus! Ah, ah, weh! Ich werde jetzt mal... Das sieht aus wie Eisblöcke. Das sind Bleichblöcke, das sind Bleichblöcke. Bleichblöcke kaputt machen. Ach! Deine Bleichblöcke gehen sogar weiter. Den-den-den-den-den-den. Halt, hör, hör. Halt, schwospiers, hör. Wohin gehst du? Lass mich hier nicht allein. Hilfe! Wo sind wir? Boah, das ist furchtbar. Ich verleihe dir meine Macht, damit wir hier abhauen können. Lass uns gehen, okay? Ich bin sicher. Denn da geht es gut. Wir suchen's. Jetzt kann ich schon grün fiesten. Ne, was kann ich denn jetzt? Ich kann grün schlagen. Auf der grünen Taste. Das ist mega witzig. Auf B kam der rote Schlag, der hier. Und hier ist jetzt der grüne Schlag auf der A-Taste. Was witzig ist. Ich weiß noch nicht, wie ich hier wieder rauskommen soll. Ja, genau. Auf einmal sein Regenbogen da. Und drückt den nächsten Regenbogen. Und wahrscheinlich drückt den nächsten Regenbogen. Oh ja. Und... Nicht an die Leine? Okay, dann nicht an die Leine. Und... Nächster Regenbogen. Maybe. Und ich weiß nicht, wo ich jetzt fliege. Okay. Sound like a bling! Und das sieht dann doch schon... Mach das nie wieder, bitte! Naja, ist ja gut, kleine Mann. Hätte ich jetzt mit dem... Mit dem... Roten Schlag hätte ich auch noch durchgelegt. Mal, ich probiere ein bisschen... Alter! Ist das schneller? Ich weiß noch nicht, wie da einzusetzen ist. Aber ich habe immer mehr Power. Oh, abhängig davon. Äh... Aua! Stacheln! Aua! Ernsthaft? Zwei Leben verloren. Gibt es nicht lang? Ah! Sag nicht, du willst gegen dieses Ding kämpfen! Du hast hier nicht mal die rote Macht! Mit A bist du sie nur in die Flucht schlagen! Geil! Aber ich kann sie genau in die Stacheln schleudern! Schlag dich in die Flucht! Alter, Fluchtfähigkeit ist mega witzig! Vor allem ist es sehr gut zum Nutzen, würde ich behaupten. Wenn es sei denn gegen die Großen... So, schoß dann... Ja genau, noch wenig Stacheln! Das ist mega easy! Das ist ja fast leichter als mit Rot! Das ist leichter als mit Rot! So, so können die Level immer sein! Das ist schön! Vielleicht... Bleib aber für dich stehen! Als was mich treffen will, mache ich einfach Rot! Grün, Grün, Grün! Grün, Grün, Grün sind alle doren Gegner! Grün, Grün, Grün ist alles, was ich nicht mag! Außer dieser nette Geist, der mir die grüne Kraft verlieren hat! da 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 jetzt mache ich den mann fach so platt diese fette japan hat wie ich hatte dich zu suchen ich frage mich was da hinten macht vielleicht kann der uns helfen oh jeske leise bix da machst nix nein da war die taster nein 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 rassle 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 FIVA PIÑATA Hallo ...Bix Alter, 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 hahaha, hahaha, haha, wie geil ist das denn, alter, warte, denk ich auf, egal, wie der einfach rennt, soll ich rennen, keine Ahnung, mach einfach mal nicht, doo, Lilly, 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 Lilly Monster, wie diesti- Ich meine so downwards anpacken mit dem Spiralberg mit dem Sprir Millennium. der controller vibriert gerade auf einer ganz leichten frequenz was meine hände zum kribbeln bringt das ist mega ich kann fast um alt ich muss lockerer lassen das ist wirklich wie die gang racing nicht mehr und ich die krake oder die kreisung gespielt schwarz und die kommentare während dem wegsland lauf ihn um lauf ihn um okay dann laufen nicht um Lauf im Kreis. Hey Macarino! Okay. Bis letztem. Alter, run, Pix, run. Too easy. Und dann Klocken für den blöden Willen. Nochmal eine rein. Da... Alter. Meine Hände machen langsam schlapp hier. Diese Vibration macht mich fertig. Richtig krass. Tück, 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 tück. Hey, 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 hey. Ganz andere will ich in Rollenbrennen. Das nervt. Und mach platte Ding. Oh, da ist ein rotes Zeichen. Das könnte sein, das ist der Road. Ah, Pix ist runtergegangen. So, ich würde sagen Wie wir den roten Geist retten Machen wir in der nächsten Folge Ich danke euch für's Zuschauen Ciao, ciao, Tori